Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Florian. Ihr hört schon, ich habe gute Laune und ich sage euch auch warum. Ich habe für mich einen definierten Meilenstein erreicht und den werde ich euch jetzt zeigen. Dementsprechend sage ich mal, ich schwall euch jetzt hier nicht so doll zu, sondern ich starte das Intro und dann geht es hier auch schon los. So, also, ich habe es jetzt folgendermaßen vor. Wir werden wie immer, werde ich einmal die Simulation starten, werde euch zeigen, was hier passiert ist, rein grafisch und sowas alles. Dann gehen wir nochmal ins Detail und ich würde gerne noch was Neues hinzufügen, nämlich würde ich euch gerne einmal zeigen. Warum schreiben mir die Leute jetzt? Ich würde euch einmal gerne zeigen, was mir schwergefallen ist jetzt seit dem letzten Update-Video. Weil ich glaube, dass das für euch auch gar nicht so schlecht sein kann, zu sehen, dass es bei mir auch nicht immer so gut läuft. Also, starten wir das Programm. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht wie letztes Mal sage, ach ja, ach ja, da war noch was, ach ja und da war noch was. Also, was ist neu? Fangen wir von den unwichtigen Dingen an und kommen zu den wichtigen Dingen. Wir haben einmal hier diesen kleinen Busch, den ihr überall seht, hinzugefügt. Der ist jetzt nichts Besonderes, der ist auch noch nicht fertig, wie er sein soll. Der ist mir ein bisschen zu hell, der kommt nicht so schön von dem Hintergrund, aber ich habe vor, davon noch deutlich mehr zu machen, damit dieser hässliche Hintergrund nicht so deutlich zu sehen ist. Fangen wir an mit dem Nächsten. Was ist das Nächste? Ich habe überall angefangen, die Schriften anzupassen. Ihr seht, das ist mittig, das ist hier drin. Hier haben wir auch den mittlerweile wieder mittig. Das war beim letzten Mal, wo ich die Schriftart geändert habe, alles ein bisschen weggerückt und sah alles nicht so schön aus. Aber da dachte ich mir, das mache ich doch jetzt mal direkt, damit das wieder schön ist. Falls ihr hier was gemerkt habt, vorab, ich habe diese Taskleiste mittlerweile hier links, weil ich gemerkt habe, die geht hier drüber und da kann man das hier nicht lesen. Hier habe ich einen kleinen Text hingeschrieben, da steht freie Bestellung, 1 von 0. Ich habe vor, über Update des Hauptgebäudes diese Anzahl zu erhöhen, aber von Beginn an erstmal kann man immer nur eine Bestellung ausführen. Und wenn man diese Bestellung ausgeführt hat, dann soll diese Zahl 1 hochgehen. Das funktioniert noch nicht, aber das ist eigentlich schnell programmiert. Aber ich dachte mir, ich zeige es euch trotzdem schon. Es nimmt langsam Form an. So, dann kommen wir jetzt mal zu den wichtigen Punkten. Ich habe was im Lager gemacht. Ihr seht erstmal, das ist wieder mittig. Ich habe hier diese Felder eingefügt, das sind kleine Button. Und ich habe da, also ich habe dort reingeschrieben, einmal Bestellt und Bestand. Das heißt, wenn wir was bestellen, dann soll hier diese Zahl, solange wie es in Bestellung ist, auf die Anzahl, was wir bestellt haben, hochgehen. Um dann nach einer gewissen Zeit, wenn es dann ankommt, im Bestand zu wechseln. Das ist mir meiner Meinung nach ganz gut gelungen. Das ist relativ mittig. Und jetzt, passt auf, das ist nämlich das, warum ich jetzt so guter Laune bin. Ich werde mal etwas bestellen. Das ist alles wie gehabt und es funktioniert auch weiterhin. Und ich kann hier sagen wir 6 Alkohol bestellen für 0 Geld aktuell, deswegen, damit es auch funktioniert. Ich drücke dann auf Bestellen und dann kann ich zurückgehen ins Lager und wir sehen, aha, er hat 6 Alkohol in der Bestellung. Was will man mehr? Es läuft. Ihr seht, es wird und wird. Schritt für Schritt wird es hier immer besser. So, dann wollen wir mal ins Detail gehen. Ihr seht schon, es ist schon mal funktionstechnisch deutlich besser als beim letzten Mal. Dann wollen wir mal ins Detail gehen. Wir haben natürlich einmal den Baum, den ich als Busch betitelt habe, hier in den Sprites. Den habe ich schön gemalt. So, vielleicht interessiert es euch auch mal, wie ich diese Grafiken mache. Ich stelle eine Größe. Ich sage, wie groß das Fenster quasi sein soll. Und dann kann ich über den Editor hier mit meinen Stift Sachen reinzeichnen. Wir haben hier verschiedene Funktionen. Wir haben natürlich auch das Radiergummi, womit ich das jetzt hier weg mache. Wir haben hier zum Ausfüllen von Flächen. Hier kannst du Sachen kopieren. Hier kann man gerade Linien ziehen. Damit das auch schön ist. Wir können hier Kästchen, ausgefüllte Kästchenkreise und diverse andere Sachen. Man kennt es von anderen Grafikprogrammen. So. Was haben wir noch? Wir haben... In Sprites werden wir hier nicht so viel finden. Ja, wir haben hier diese kleinen grauen Felder noch, die ich gemacht habe hinter den Lager. Also wo Bestand und Bestellung steht. Die haben wir hier. Die habe ich in die Hintergründe gepackt, weil die haben ja keine Funktion. Gehen wir zum nächsten. Was ist beim Lager? Wir haben beim Lager, das müsste bei Hintergrund, Lagermenge, nein, nicht da, sondern hier. Hier sehen wir, haben wir die Draw, den Draw-Befehl ausgefüllt und haben hier die verschiedenen, jetzt bin ich auf mein Kabel getreten, sind wir auf, haben wir die verschiedenen Sachen eingefügt. Und ich kann mal ein bisschen euch da zeigen. Wir haben hier, da machen wir mal ein bisschen Platz. Hier haben wir die verschiedenen Sachen. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, wie diese Zahl hochgeht. Das haben wir ja letztes Mal schon geschafft. Und hier wird sie dann ausgelesen. Und zwar wird sie dann die Zahl, die in Alkohol bestellt drin steht, an die Position 400Y505X hingeschrieben. Genauso wie wir hier diesen Draw-Befehl für bestellt, einfach für die Koordinate da hingeschrieben haben. Das sind die Sachen, die ihr da gesehen habt. Was haben wir noch? Wir haben hier einen dritten, eine dritte Schriftart ausgewählt, nämlich haben wir wieder Ausfalt genommen, aber wir haben die etwas kleiner gemacht, damit das besser da reinpasst. Viel tiefer würde ich gar nicht ins Detail gehen, weil da ist ja gar nicht so groß was dabei. Und vor allen Dingen wollte ich euch noch zeigen, was schiefgelaufen ist, beziehungsweise wo es mir Probleme gemacht hat. Und zwar sieht es wie folgt aus. Ich musste diesen Integer-Wert, diese Datei, beziehungsweise dieses Objekt, wo ich diese ganzen Integer drin habe, musste ich ja irgendwo reinsetzen. Und ich habe es, zur letzten Folge hatte ich es im Hafen gehabt, also quasi auf dem Hauptbildschirm. Räume, Hafen. Unser Haupt-Display. Da hatte ich den Integer, hatte ich hier drin gehabt, der war ja durchsichtig, deswegen konnten wir den nicht sehen. Alles gut. So, jetzt habt ihr gesehen, kriege ich dich jetzt gar nicht weg. Entfernen. Jetzt habt ihr ja gesehen, in dem Integer sind die ganzen Variablen auf 0 gesetzt. So, und wenn ich jetzt starte dafür einmal die Simulation, damit ich es verstehe. So, und ich habe ja in der Bestellung quasi den Wert hochgesetzt. Ich habe die Variable, ich zähle die hoch und mit dem X schreibe ich sie in die Variable, die wir woanders auslesen wollen, die wir hier auslesen wollen, schreiben wir ja dann rein. So, jetzt komme ich ja jedes Mal, wenn ich hier zurückklicke, auf das Hauptmenü. Und dann hatten wir das Problem, nämlich, dass wenn er ins Hauptmenü kommt, er einfach diese Zahl wieder da reinschreibt, nämlich die 0. Dementsprechend habe ich es geschafft, hier den richtigen Bestellwert reinzuschreiben, um dann im Lager zu merken, es steht wieder eine 0 drin. Wie habe ich dieses Problem gelöst? Ich habe einen weiteren Raum erzeugt, nämlich den Laderaum. Und hier ist nichts drin, bis auf dieses Objekt. Und ihr habt es vielleicht schon im Integer gemerkt. Also erstmal, wir starten mit dem Raum. Der Raum, wenn wir das Spiel starten, wird als erstes geöffnet. Geht hier rein, setzt alles auf 0, was wir auf 0 setzen wollen. Und dann, wenn er hiermit fertig ist, also er geht hier von oben nach unten runter, alles auf 0 gesetzt und kommt dann hier unten und geht dann in Room, Go to Hafen. So, damit fällt euch das gar nicht auf am Starten, dass wir hier überhaupt drin waren, weil der geht natürlich wahnsinnig schnell durch und springt sofort auf den Hauptbildschirm. Und kommt deswegen hier nie wieder rein. Wir generieren einmal die Werte und mit diesen generierten Werten kommen wir nicht mehr in Konflikt, dass wir die wieder auf 0 setzen, weil es keinen einzigen Go to Befehl gibt, indem wir wieder in den Laderaum reingehen. Dementsprechend, das war schon einfach die Lösung. Ich habe da so ein paar Stündchen dran gebastelt, bis ich drauf gekommen bin, aber am Ende hat es doch ganz gut geklappt und es gibt für jedes Problem eine Lösung. Ich würde sagen, ich beende schon mal dieses Video, damit das nicht allzu lang wird und verabschiede mich und sage bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Vielen Dank.